Moin! Willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute habe ich für euch von Novelists FR Déjà-vu das neue Album. Ich wollte beim Plattenladen meines Vertrauens und habe da mal zugeschlagen. Genau, laut diesem Sticker hier oben ist das Colored Red Vinyl. Jetzt werden wir gleich mal sehen, ob das wirklich so ist. Da drückt er dann, da ist die Threadlist und da machen wir den Spaß einmal auf. Also die Folie hier ab. Genau, die habe ich sichererweise auch schon mal live gesehen und zwar, wann war das? Als Vorband von Imminence, glaube ich, war das in Bremen, wie ich mich richtig erinnere. Waren auf jeden Fall sehr geil, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, da waren ja keine Sticker drauf. So, da waren ja keine Sticker drauf, auf dem Ding. Also auf der Folie. So, hier haben wir eine Tracklist. Ich weiß, es gibt einen Feature-Track. Ich glaube, das ist hier, der hier, nicht richtig erinnere. Ich schließe noch mal drauf, wie das ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es irgendein Feature-Track ist, auf jeden Fall drauf. Hier ist nochmal die Front. Und... Äh, okay. Und hier ist einmal der Rücken, aber da steht einfach nur das hier. Und sonst nicht viel. Beziehungsweise sonst... Da doch, da hätten wir Novelists. Da. Na, das fokussiert jetzt nicht, aber da. Ich kann es nicht fokussieren. Aber ihr wisst, was ich meine. So, dann haben wir das Kollegen einfach raus. Wir haben... Nur das, das war's. Kein Inlay. Und es ist wirklich... Rotes Vinyl. Oder eher... Na doch, rotes. Und es hat hier so ein paar kleine... Also es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen cloudy. Da sieht man jetzt nicht die Schicht auf der Kamera. Aber da sind so ein paar kleinere... Fetzen. Also so wie Marbled. Nur das ist... Ja. Ich glaube, es ist Marbled. Ach doch, da sieht man das ein bisschen. Meint? Ich muss einmal die Katze hier runternehmen. Aber vom Prinzip her... Ist das, äh... Die Vinyl. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und, äh... Ich packe euch... Ich kann es nicht... Ich packe euch auf jeden Fall Novelists. Das packe ich euch in die Videobeschreibung. Und, ähm... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal.